Ja, liebe Förderer, ihr seid wirklich der Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir können vermelden, dass wir unser Minimalziel, die 1.000 Euro zu erhalten, erreicht haben. Wir haben unglaublich viele positive Reaktionen schon bekommen. Wir haben E-Mails bekommen, wir haben über Facebook Nachrichten bekommen. Wir sind in der örtlichen Presse gewesen. Es gab vielerlei äußerst positive Reaktionen. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir haben ja gesagt, diese 1.000 Euro sind unser Minimalziel. Wir brauchen noch ein bisschen mehr, um alle Mannschaften unseres Vereins ausstatten zu können. Und wir wollen ja unsere Botschaft ins Land tragen. Und jedes Trikot, was wir anschaffen können, ist ein Multiplikator. Und wir sind natürlich auch dafür bereit, neue Wege zu gehen. Das heißt also, in Abhängigkeit davon, welche Summe wirklich zustande kommt am Ende, überlegen wir uns natürlich auch, vielleicht befreundete Vereine beim Tischtennis, die an der Aktion teilnehmen wollen, mit auszustatten. Vielleicht überlegen wir auch intern bei uns noch das gleiche Motto auf unsere Trainingsanzüge zu drucken. Denn natürlich ist man bei Turnieren, bei Punktspielen viel länger noch mit seinem Trainingsanzug unterwegs, als mit dem Trikot. Vielleicht geben wir auch der ortsansässigen Jugendfeuerwehr, die sich hier auch schon beteiligt hat, T-Shirts zur Aktion. Also da gibt es viele Ideen. Wir müssen einfach mal gucken. Wichtig ist, spendet weiter. Bekennt euch solidarisch zu unserer Aktion. Bekennt euch solidarisch gegen Rassismus und Fremdenhass. Packt euren Namen auf unser Trikot. Und wir bedanken uns bei ganz vielen Firmen, die schon mitgemacht haben. Wir bedanken uns bei Vereinen, aber auch Privatpersonen. Es gibt wirklich noch viel mehr, als jetzt unter Förderer zu sehen ist. Trotz allem, klickt mal auf die Liste und schaut einfach mal, wer schon alles dabei ist. Ich kann euch nur aus nah und fern ermutigen, egal wo ihr herkommt, aus Hamburg oder aus München, aus Dortmund oder aus Dresden. Oder auch, wenn ihr im Ausland wohnt und unsere Aktionen toll findet und das jetzt hier seht, macht mit, unterstützt uns, unterstützt den TTC Förste, spendet weiter. Jeder Euro zählt, jedes Trikot zählt. Vielen Dank. Macht weiter.